Aus dem Johannes-Evangelium Amen, Amen, ich sage euch, wer einen aufnimmt, den ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach heute in dieser Zeit für gesendete Menschen, Frauen und Männer, die gesendet sind, von Jesus Christus in dieser Welt das Evangelium zu verkünden und zu leben. Gerade die Ereignisse der vergangenen Wochen und das, was uns immer wieder eben auch in schrecklichen Nachrichten sozusagen rüberkommt und die Information, die wir davon bekommen, das ist auch für gesendete Menschen eine schwierige Zeit. Und das ist sehr schwierig geworden. Manchmal habe ich den Eindruck, jeder, der gesendet ist, er hat irgendwo etwas schon einmal getan, er hat irgendwas mit diesen ganzen Missbrauchsdingen etc. zu tun und es wird da oft über einen Kamm geschoren, was diese Dinge angeht und was das Drumherum eben auch angeht. Es sind keine einfachen Zeiten. Vielleicht darf ich Sie heute einmal in diesem Tagesegen bitten, für die Menschen zu beten, die gesendet sind, als Gemeindereferentinnen, als Priester, als Pastoralreferenten, als Diakone, als Menschen, die unterwegs sind in dieser Welt, das Evangelium zu verkünden, in diesen nicht einfachen Zeiten und in diesem, noch einmal, nicht einfachen Tun heute, das diese Menschen eben umsetzen müssen. Dass sie um Kraft und Mut beten, aber auch für diese Menschen beten, dass ihre Botschaft trotz allem auch ankommen kann. Danke. Segnet Sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.